Ich gebe dir jetzt einen kleinen Einblick in angewandte Streckungen. Und zwar wollte ich gerade ein Video für dich aufnehmen. Und mir ist aufgefallen, dass eigentlich mir das ein bisschen zu klein ist. Ich könnte diesen Abschnitt von meinem Bildschirm hier gerne ein bisschen größer haben, weil diesen ganzen Kladderadatsche links und rechts, den nehme ich sonst eh nie mit auf. Und da habe ich mir gedacht, ich könnte ja hier oben mal in meinen Browser gehen und schauen, ob ich hier unter Zoom dieses Bild nicht ein bisschen vergrößern kann, damit es nicht so winzig klein auf dem Bild nachher ist für dich im Video. Und da siehst du hier, da wird angegeben, gerade befindet sich es in 100%iger Größe. Und was bedeutet 100%? Das bedeutet 100 von 100. Das ist sozusagen die Originalgröße. Das ist ein Vergrößerungs- oder Verkleinerungsfaktor von gleich 1. Also bei 1, 100% hast du dein Originalbild. Wenn ich das jetzt größer machen möchte, kann ich hier auf Plus drücken. Und dann siehst du, die Zahl verändert sich zu 110%. 110% bedeutet einfach 110 von 100, das heißt, es wäre ein Streckungsfaktor von 1,1 oder von 1 und einem Zehntel. Also das gefällt mir ganz gut. Du kannst ja damit mal rumspielen, das kennst du wahrscheinlich eh. Also Zoom, verkleinern, vergrößern, auf Neudeutsch Zoom, ist also nichts anderes als strecken. Du machst die Bilder größer und kleiner, ohne deren Proportionen zu verändern. Also das verzerrt sich hier nicht. Das Dreieck ist immer in der gleichen Proportion, es ist bloß kleiner oder größer. Also ich gehe jetzt zu meiner Lieblingsauflösung hier bei 110%, bei einem Streckungsfaktor sozusagen von 1,1. Und dann fangen wir mit dem Video an. Die Aufgabe ist jetzt folgende. Zeichne das Bild von dem Dreieck ABC, das ist dieses Blaue hier, bei einer Streckung, deren Zentrum bei P liegt und einen Streckungsfaktor von 3 hat. Streckungsfaktor von 3, wissen wir jetzt, bedeutet 300%. 300 Hundertstel kürzt sich zu einem Faktor von 3. Oh, dann schauen wir mal. Also ich nehme mal erstmal dieses grüne Verschiebere und tue das hier so drauflegen. Also mir geht es einfach so, dass ich das übersichtlicher finde, aber das muss man nicht machen. Jetzt schauen wir mal. Hier ist unser Streckungszentrum. Wir müssen also gucken, wie weit liegt B von P entfernt und müssen das verdreifachen. Wenn wir mal gucken, in der Y-Ausrichtung hier, in der Y-Ausrichtung ist es genau ein Feld. Das heißt, B' muss jetzt nicht ein Feld von P in der Y-Ausrichtung entfernt sein, sondern das Dreifache von einem. Das ist also Dreifeld. Also einmal 1, 2, 3 kommt also bei minus 5 an. Aber wir haben jetzt nur Y berücksichtigt. Wir müssen auch X berücksichtigen. Wir haben also hier 1, 2 Kästchen Abstand zwischen P und B in der X-Ausrichtung. Das heißt, wenn wir das verdreifachen, kommen wir auf 2, 4, 6. Also müssen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, und du siehst, das wird jetzt doch sehr viel größer, weil dreifach vergrößert, 300-prozentige Vergrößerung, ist natürlich auch ganz schöner Unterschied. Schauen wir uns Punkt C und P an, den Abstand hier. Das ist in der X-Ausrichtung auch 2. Ja, siehst du das? 1, 2. Das heißt, wir müssen auch 3, 4, 5, 6 machen. Das war jetzt die X-Abstandsänderung. Jetzt gucken wir uns Y an. Y, uh, das ist schön. Y ist gar nicht verändert, siehst du? Weil P und C liegt auf der gleichen Höhe von Y bei minus 2. Dann fehlt uns nur noch der Abstand zwischen A und P. Schauen wir uns vielleicht erst die Y-Ausrichtung an hier. Wir haben also 1, 2-Kästchen-Unterschied zwischen A und P in der Y-Ausrichtung. Mal 3 macht also 6. Gucken wir, dass wir hier 2, 3, 4, 5, 6 weitergehen. In der X-Ausrichtung haben wir hier einen Abstand nur von einem Kästchen. Das heißt, wir müssen das verdreifachen und kommen dann zu 3. Also wenn wir jetzt hier sagen, das ist 1, 2, 3, dann kommen wir hier an. Du siehst, dieses 3-K hier hat jetzt überall die gleichen Winkel wie unser ursprüngliches Bild. Das heißt, wir haben nicht verzerrt. Wenn du jetzt hier diesen Punkt A zum Beispiel hier berechnet hättest, dann siehst du schon, dass dieser Winkel hier nicht kongruent ist zu diesem Winkel. Also diese beiden Winkel sind unterschiedlich groß. Das heißt, es muss dir sofort alarmmäßig Bescheid geben und sagen, ah, Moment, da kann was nicht stimmen. Wir wollen ja unser Dreieck nicht verzerren irgendwie, ja, sondern wir wollen es in den Proportionen erhalten. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir die Winkel alle in den gleichen Größen belassen. Also wir haben jetzt eine Streckung von dem Zentrum P vorgenommen und zwar mit dem Faktor 3. Das bedeutet eine 300-prozentige Vergrößerung. Dann können wir noch gucken, ob es stimmt. Dann würde ich vorschlagen, mach dich doch mal an ein paar Übungen. Dann würde ich noch mal an ein paar Übungen sehen. Dann würde ich noch mal an ein paar Übungen sehen.